Hallo Leute und herzlich willkommen zu Don't Starve! Together mit Magnus! Hallo! Das ist der Mann da! Und jetzt bin ich Willow und er ist Wuddel! Wuddel! Ich bin Wuddel! Nicht Woody! Nein, ich bin Wuddel! Markus ist so doof, Buchstaben zu erkennen und zu lesen. Also ist er jetzt Wuddel und ich bin Willow und das passt. Ich habe das I für ein L gehalten im ersten Moment des Wiedens. Ja, du bist dumm. Ich habe jetzt nur geklickt. Ich habe nur geklickt. Oh mein Gott, ich lebe! Ich habe das so ewig nicht mehr gespielt. Okay, ich kann nichts auswählen, weil ich habe das Spiel jetzt fünf Minuten gespielt und diese fünf Minuten habe ich im Menü verbracht. Es ist so toll! Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ich bin da! Ich habe eine Axt, einen Spiel. Ich habe auch eine Axt. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Kannst du bitte an die andere Kiste gehen? Ja, mache ich. So. Ah, cool, ich habe sie geöffnet. Learn. Oh, ich habe jetzt voll viele Sachen gelernt. Ich habe Gras. Was? Da ist aber dasselbe drin. Geh mal weg, Claude. Ich bin weg. Ich habe alles rausgeholt. Ich laufe jetzt weg. Warte, nimm das Gras mit. Da ist doch auch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Immer weg, ich will da ran. Du hast doch keine Ahnung. Ich eigentlich auch. Habe ich auch nicht. Okay, ich mache Gras kaputt. Oh, Essen. Ja, wir haben ja, wir haben Sheeting gemacht. Wir haben die... Oh, da ist ein Ei drin. Können wir das irgendwie ausbrüten? Ich will das mal nicht töten. Lass mal ausbrüten. Okay. Wir sind doch Vögel. Nee, die brüten wir nicht aus. So, lass uns irgendwo eine Base bauen. Wo wollen wir unsere Base bauen? Okay, weiß ich nicht. Du bist... Da ist eine Hase. Bau ihn als Base. Ich versuche ihn zu schlagen, aber ich treffe ihn nicht. Hast du noch Inventarplatz? Ja. Ich schmeiße mal ein paar Sachen raus, die du jetzt nehmen musst. Okay. Ich weiß nicht, wie ich droppe. Das ist schrecklich. Man merkt, wir sind Profis in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe dir was gegeben. Oh Gott, es wird dunkel. Glaube ich auch. Hier ist es dunkel. Hier, also Drachenfrucht. Wenn wir jetzt sterben. Und ein paar Pumpkins. Okay, cool, danke. So, wir sollten uns einen Platz zum Leben suchen. Ich finde es ja hier ganz schön, dass wir hierbleiben. Ja, okay, dann bleiben wir. Warte, lass hier irgendwo unser Campfeuer so hinbauen. Ja, warte, ich... Ich baue es in der Zeit schon mal. Ich kann es nicht bauen, was fehlt mir. Warte, 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 Holz. Holz, okay. Äh, hol Holz. Okay. Hi, bist du lieb oder bist du böse? Es ist böse! Magnus, wir wohnen woanders! Magnus, wir wohnen woanders! Magnus, wir wohnen woanders! Okay, wir wohnen woanders. Das habe ich gerade gehört. Oh Gott. Okay, wir wohnen hier. Hast du Holz? Wohnen wir hier? Ja, wie kann ich das droppen? Gib's mir. Hier. Danke, ich gebe dir was anderes. Du musst room for my present machen. Kann ich dir noch mehr room for my present machen? Ich brauche Gras. Hab ich gerade Holz gegessen? Ja, ich habe Holz gegessen. Du bist Woody. Ich esse Holz. Bist ja auch Woody. Nee, ich bin Woody. Oh, hier bleiben wir nicht. Die sind auch böse, Magnus. Die sind ganz böse. Okay, gut. Oh, scheiße. Ich bin durchgelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du schaffst das, Dani. Du weißt, dass es gleich dunkel wird. Oh Gott, da darfst du nicht. Vorsicht, da kommen gleich Tentakel raus. Wieso kommen denn da Tentakel raus? Weil das ja so fiss. Was ist denn hier los? Sind wir jetzt in einem Hentai oder was? Oh Gott, Lego-Mann spielt Team Fortress 2. Oh Gott, nein. Ich habe kämpft. Was ist denn das da? Ich glaube, es sind, ich glaube, die sind nirgends. Okay, wir brauchen einen Platz zum Schlafen, bevor es dunkel wird. Sonst sterben wir in der Dunkelheit, weil dann Monster kommen. Ja, ich weiß. Das weiß ich schon. Wollen wir uns hier irgendwo niederlassen? Ja. Okay, wir können ja morgen weiterziehen. Wir bleiben jetzt einfach bei der Nähe der netten Spinnen. Okay. Ich werde ein bisschen Essen kochen. Hier, Holz. Kannst du den Feuer nachlegen? Ich koche in der Zeit Essen. Ich habe dir das schon gekriegt. Du kannst ja Holz essen. Kann ich den Mauboff schlagen? Ist das ein Mauboff? Ich weiß es nicht. Ich will es schlagen. Was ist geschehen? Let's cut some trees, sagt er. Da machen wir das. Ich gehe hier hinten. Oh, Mauboff! Ja! Ich habe einen Mauboff getötet! Ich mache den Baum kaputt. Magnus, da ist so eine Spinne, ne? Ja, ja. Die interessiert mich aber nicht. Ich habe einen Mauboff getötet. Ich habe ihn gegessen. Und ich habe Holz. Ich habe mein Holz. Ich esse jetzt Holz. Kann man jemand bitte die Spinne da umbringen, die uns umbringen möchte? Magnus, du hast da so ein... Ja, ja. Hau einfach mal drauf. Stirb! Stirb! Die ist tot. Die andere bitte auch! Da ist noch eine. Aua! Aua, die... Aua, Aua! Warte, 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 böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne, nein, ich wollte dich mit der Hai angucken, böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne. Verbrennen. Äh? Genau. Tu mein Essen ins Feier. Ich mache den Baum hier kaputt. Brauchst du Essen? Nein, nein. Ich habe ja, ich habe noch drei Holz. Kannst gerne Essen haben. Und noch genug Essen. Ich habe auch allgemein noch genug Essen. Ich glaube, wir sollten aber woanders hingehen morgen. Warte, hä? Ich bin gelb. Ich weiß nicht, wieso. Ich lade irgendwie, lade ich meine, in der Gelb. Was brauchst du denn? Ich weiß nicht, ich werde aber auch gerade gelb. Warum sind wir so gelb? Ich habe einen Holz-Counter. Was? Ich muss Holz essen. Ja. Aber auch noch normales Essen. Oh, ich verbrenne. Warum sind wir gelb? Ich weiß es nicht. Oh, es ist Tag. Lass mal woanders hingehen. Okay, warte, hier liegt noch Fleisch. Nimm das mit. Es ist aber, glaube ich, noch das Monster-Fleisch. Naja. Oh, Berryposh. Oh, die können wir hier mitnehmen. Nimm mal. Warte, ich habe noch Beeren gefunden. Hast du noch Platz im... Oh Gott! Hentai! Ne, jetzt leider nicht mehr. Hentai? Äh, ja. Hast du ein Tentakel? Ja. Ich glaube, die Dinger heilen nämlich. Die Tentakel? Nein, das, was da lag. Cool. Nein, okay. Aber nimm mal die Dings mit. So. Jetzt, lauf weg! Laufe. Warte, ich möchte aber noch... Ich möchte noch das Monster-Beat. Das ist unwichtig. Au, au, au. Ich bin fast tot. Magnus, komm zu mir. Ich bin wieder beim Portal. Ich gehe jetzt nach unten. Scheiße, unten gibt es nichts. Wo sollen wir denn hin? Warte. Ja, wo bist du denn? Hier. Wo sollen wir denn hin? Wie kann ich... Machst du eine ganz tobe Frage. Wie kann ich mich heilen? Äh, wenn du gegessen hast. Und durch diese anderen Sachen, was ich dir gesagt habe. Also, essen heil dich. Und was ich dir gesagt habe, dieses Monster. Diese Monster-Lunge in der Reihen, die heilen auch irgendwie. Okay. Waren wir hier schon auf der anderen Straßenseite? Ach nee, da ist ja das... In der anderen Straßenseite. Warte. Magnus, wir müssen das Gold mitnehmen. Magnus, wir nehmen woanders das Gold mit. Ja, würde ich auch sagen. Das Gold ist eigentlich gar nicht so wichtig. Man braucht kein Gold. Gold ist scheiße. Gold ist nur was für reiche Menschen. Okay. Okay, gut. Da ist irgendwas. Guck mal. Also, ich will es einfach nur nochmal so nebenbei erwähnen. Ich habe noch vier HP. Was ist denn da? Ist there anything cute in there? I don't know. I want to töt it. Anyone home? Warum sind hier so viele Spinnen? Hey, hallo. Ich nehme jetzt mal hier das Gold mit. Wir brauchen das später. Also bald. Ja, dafür esse ich mal was. Ja, ich esse auch mal gerade ein bisschen Holz einfach nochmal. Ich nehme mal ein Holz. Das ist... Ja, ich brauche ja scheinbar Holz. Das ist nicht so gesund. Das weißt du schon. Das ist keine ausgewogene Ernährung, Magnus. Bist du dir da sicher? Nein. Sehe ich so aus, als wäre ich mir sicher, ob es eine ausgewogene Ernährung ist. Ich, die heute schon wieder Pizza bestellt habe, wovon ich übrigens noch was habe. Und ich möchte die gleich noch essen. Ah, dann mach du. So, wir müssen uns beeilen. Nein, wir brauchen einen Platz zum Leben. Ich mag Birken. Magst du Birken? Sind das Birken? Das sind Birken. Wir leben in meinem Birken. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich Birken nicht mag. Wir werden hier irgendwo in der Nähe der Birken leben, weil ich mag Birken. Aber ich muss die eventuell essen. Also sollte ich doch vielleicht entscheiden, welcher Baumartig leben will ich. Ich meine, ich bin ein Puddel. Ich habe doch gefragt, ob die Birken... Oh, hier sind Schweine. Schweine können uns helfen, wenn wir uns mit denen anfreunden. Aber sie können auch zum Wehrschwein werden, wenn Vollmond ist. Das ist nicht so doll. Es ist ja nicht immer Vollmond, Magnus. Es ist aber trotzdem... Es ist auch so nicht toll, wenn es nur einmal vorkommt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Oh nein, wie süß. Ich will ihn töten. Oh, wie süß. Es töten mich, es töten mich, es töten mich. Nein. Es ist tot. Ist das nicht niedlich? Total. Warte, ich twitter dich. Jetzt. Ja, super, danke. Jetzt habe ich sieben HP, acht HP. Ich habe 18. Ich werde leben. Wollen wir jetzt hier irgendwo bauen? Weil wir müssen bald wieder bauen. Wir haben das Campfeuer nicht mitgenommen, ne? Nee. Hast du noch zwei Holz? Ja. Gut, ich brauche zwei Holz und noch einen Stein. Dann können wir uns ein Campfeuer bauen. Oh, scheiße, nimm das mal. Wie kann ich dir denn jetzt teilweise nur ein bisschen was geben? Keine Ahnung. Scheiße, wir müssen uns bald wieder was bauen. Ich glaube, wir sterben eh. Dann kriegen wir eine neue Map. Ja. Ja, aber auch so, dass... Bist du dir das bewusst, dass wir scheiße sind? Es tut mir leid, aber ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Kann man bitte, dass jemand weiter kaputt machen? Ich habe nichts mehr. Hast du noch einen Stein? Äh... Ja. Gib mir. Danke, dann können wir uns mit einem Campfeuer bauen. Okay, gerne. Wollen wir jetzt hier irgendwo bleiben? Hier war das Viech mit dem Auge. Okay, hast recht. Können wir da rüber? Also, ich weiß es nicht. Wir versuchen einfach mal zu sprühen. Das geht nicht, Magnus. Scheiße, was ist das für eine Verarsche? Guck mal! So nah, doch so fern. Kamen wir da irgendwie rüber? Ich weiß es nicht. Ach, Magnus. Ich bin doch auch nur ein armer, einsamer Wuddel. Wuddel. Mein Lieblingsholz. Hä, was ist denn das da? Ich verstehe meinen Charakter, aber ich sage nicht, warum muss ich Holz essen? Und warum bringt mir das sonst nichts? Du bist halb-Bieber. Wieso bin ich halb-Bieber? Du bist halb-Bieber, halb-Bieber. Hashtag Justin Bieber. Ah, deswegen die Frisur. Das ergibt so einiges. Lass uns jetzt hier irgendwo... Lass uns schon wieder spinnen. Egal, ich baue jetzt hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin weitergegangen. Ich weiß, wo du bist. Naja. Ja, wenn denn... Wir werden jetzt nicht mehr Holz geholt haben. Wir bauen jetzt hier. Okay. Ich habe entschieden. Obwohl, hier ist eigentlich dumm. Wir bauen erst mal hier. Okay. Oder? Ich schau mir was an. Ich hol mir Holz. Guten Appetit. Eigentlich ist es hier total scheiße. Ich glaube, ich freue mich, wenn wir sterben. Dann können wir nochmal neu anfangen. Die Map ist kacke. Ich bin tot! Lecker Holz. Nein! Oh! Wo ist mein Holz? Magnus! Ich will mein Holz haben. Magnus! Holz essen! Du musst mich wieder beheben. Magnus! Wie mache ich das denn? Ich weiß es nicht. Nein! Walk to Skeleton. Der frisst mich! Kannst du... Hallo? Ich bin... Wollen wir nochmal von vorne anfangen? Ich kann hier nichts machen. So, Leute! Das war die erste Folge. Ich kann dein Zeug mitnehmen. Ja, ich kann Zeug mitnehmen. Das war die erste Folge von... Don't Starve Together. Von Magnus und sein Holz. Ich bin nicht verhungert. Und nächste Runde sind wir mit einer neuen Map für euch am Start. Bis gleich. Denke ich auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. 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 Vielen Dank.